Guten Morgen, mein Name ist Kai Beuth und ich zeige dir, wie Führung praktisch und einfach funktioniert. Ich laufe gerne. Das mache ich überall. Deswegen gehe ich gerne auf Geschäftsreise. Da kann man in den Parks der Welt laufen. Ich bin aber nicht auf Geschäftsreise heute. Es ist Sommer. Ich bin im Urlaub. Wir sind auf Mallorca und auch hier kann man laufen. Ich möchte ab sofort morgens dir immer einen kleinen Tipp geben. Denn nach dem Laufen ist das Gehirn gut durchblutet, frei und man hat die Gedanken relativ klar. Was ist mein Tipp von heute? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die können sich ganz schwer entscheiden. Die wissen einfach nicht, soll ich jetzt machen oder soll ich jetzt nicht machen? Einstellen, nicht einstellen? Soll ich das Budget freigeben oder nicht freigeben? Wenn du diese Menschen aber selber am Rat fragst, also wenn du sie fragst, kannst du mir mal helfen? Würdest du das so oder so machen? Dann haben die überhaupt gar kein Problem, also gar keins, dir einen vernünftigen, plausiblen Rat zu geben. Wenn du also selber jetzt dazu gehörst, dass du dich nicht so richtig entscheiden kannst, dann versuche mal dein eigener, bester Freund zu sein und deinem Freund, also dir selber, einen Rat zu geben und zu sagen, wie würdest du denn das machen, wenn du nicht verantwortlich wärst? Also wenn du dein Freund wärst. Du wirst sehen, deine Entscheidungsgeschwindigkeit nimmt zu. Üb das mal und dann sag mir gerne unten in den Kommentaren, was daraus geworden ist. Danke. Ciao.